Die Schweizer Ingenieure machen nicht nur gute Uhren, sondern auch gute Kaffeemaschinen. Besonders beeindruckend ist hier das brandneue Premium-Modell, die Jura G10. Das ist ein High-End-Kaffee-Vollautomat, der aktuell auf der IFA in Berlin vorgestellt wird. Aber auch die etwas günstigere Jura Z10 aus der Signature-Line ist gespickt mit Featuren. Ja, was beide Maschinen besonders macht und wo die sich unterscheiden, erfahrt ihr jetzt. Also, G10 oder Giga10 nennt sich das Top-Modell und ist für 3.000 Euro zu haben und liegt damit knapp über der Z10. Direkt ins Auge fällt hier das breite Spektrum von 35 Kaffeespezialitäten und das hat einen Grund. Denn als erster mir bekannter Hersteller kann Jura mit beiden Modellen Cold Brew Spezialitäten zaubern. Das ist ein Prozess, der üblicherweise mehrere Stunden dauert, also eine Kalt-Extraktion ohne heißes Wasser. Langsam pulsierend und unter hohem Druck wird hier Wasser durch den frisch gemahlenen Kaffee gepresst. Ja, Cold Brew liegt im Trend, vor allem im Sommer. Und dass das hier so tröpfelt, liegt übrigens nicht am feinen Mahlgrad, sondern das ist ganz normal, weil bei Cold Brew ganz bewusst langsamer und mit hohem Druck angesteuert wird, um das gesamte Aroma mitzunehmen. Ja, wir haben uns einen hervorragenden Cold Brew an Eis gegönnt. Man hätte aber auch die Möglichkeit gehabt, einen Cold Brew Cortado oder auch einen Cold Brew Macchiato zu wählen. Grinder. Ja, die Jura Z10 hat einen smarten Grinder, der kann also die jeweilige Kaffeebohnenart erkennen und dann automatisch den optimalen Mahlgrad einstellen. Mahlgrad und Dauer lassen sich aber auch individuell festlegen. Ihr könnt also eure persönliche Vorliebe auf Profile abspeichern. Und es gibt zwei Bohnenbehälter für zum Beispiel zum einen kräftige Espressobohnen und zum anderen eine mildere Röstung. Die Giga 10 ist aber klar im Vorteil, weil sie nicht nur zwei Bohnenbehälter, sondern auch zwei Keramikmalwerke hat. Das bedeutet, man kann einen Kaffee mit 75% normalem Kaffee und 25% Espressoanteil brühen oder eben auch parallel zwei Tassen unterschiedlicher Kaffees zubereiten. Die Jura Z10 wird über ein 4,3 Zoll Touch-Display gesteuert. Das Cockpit der G10 ist hier im Vergleich größer und überschaubarer. Per Touch können wir auf die Mahlgradeinstellung gehen und das linke oder rechte Mahlwerk ansteuern, zum Beispiel grob, mittel oder fein. Wir können auch über zwei Seiten verteilt unsere Favoriten setzen, Espresso Cartado und so weiter und haben insgesamt eine bessere Übersicht dank Panorama-Display. Die Bedienung funktioniert intuitiv durch Tippen und Sliden. Auch die Tassengröße und andere Einstellungen lassen sich hier individuell festlegen. Hygiene ist ein sehr wichtiger Punkt bei Kaffeevollautomaten. Und beide Modelle haben ein integriertes Spülreinigungs- und Entkalkungsprogramm, das ganz spannend ist. Etwa vier Minuten dauert so ein Zyklus und der spült dann alles durch. Und zwar wird dafür die Heißwasserdüse genutzt. Die Wassertemperatur wird dabei so festgelegt, dass die Milcheiweiße nicht gerinnen. Ansonsten ist Jura übrigens von dem System einer herausnehmbaren Brüheinheit zur Reinigung abgerückt. Das hatten die früher mal gehabt, ist aber wohl mit der mittlerweile achten Generation der Brüheinheiten wohl nicht mehr notwendig. Sowas lässt sich natürlich nur am Langzeittest überprüfen. Aber was ich in Sachen Hygiene feststellen konnte, ist, dass der Kaffeesatz unglaublich trocken war. Also eine sehr saubere, trockene Angelegenheit hier. Ja, die G10 ist auch vom Umfang und Zubehör etwas komfortabler. Links haben wir Stauraum für Kaffeegeschirr, Löffel und Zucker. Rechts hier, der Milchaufschäumer ist auch sehr hochwertig. Das ist kein Plastik, sondern Edelstahl mit einer Kühlfunktion. Das bedeutet, die Milch wird hier bei 4 Grad gelagert und ist damit so lange haltbar wie in einem Kühlschrank. Unser Eindruck. Also, neben Jura hatten wir uns noch andere Topmodelle von Siemens und Miele auf der IFA angesehen. Aber das Jura-Konzept eines Kaffeevollautomaten hat mich persönlich am meisten beeindruckt. Das war geschmacklich eindrucksvoll. Insbesondere die Coldproof-Funktion ist ja eine Besonderheit, die man bei anderen Herstellern nicht bekommt. Und was Jura für mich auch ein Stückchen interessanter macht, ist, dass der Hersteller sich voll und ganz auf das Thema Kaffeevollautomaten fokussiert. Und das merkt man im Detail, während das bei den großen deutschen Konkurrenten, die zwar auch gute Produkte haben, aber der Kaffeevollautomat auch eben nur ein Produkt von vielen ist. Jura ist eine große Nummer. Und ich bin zum jetzigen Zeitpunkt sehr begeistert von diesem Modell. Bis dahin. Ciao.